Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video, heute von der lieben Steffi. Sie hat uns einen ganz großen, dicken Umschlag geschickt und ich freue mich darauf, den mit euch aufzumachen. Das bin ich, Monia, wie immer und Angelika, hi! Was auch, dabei? Und, ja, gucke mal rein, das ist heute schön, dass es geliebt. Oh, ja. Vielleicht kriege ich ja auch mal was ab. Steffi, das sieht ja richtig klasse aus. Ich habe das mal gehört. Also, ja, guck mal. Ja, guck mal, sehr schön. Ja, das freut das Herz. Steffi, das ist so richtig schön ausgeliebt. Auch guck mal, wie schön. Da ist ein Brief, Monia. Ja, den werde ich mir auch gleich vorliegen. Guck mal, wie toll. Ach, wie schön. Oh, ja. Was denn? Sie schreibt, dass sie hofft, dass wir hier mit was anfangen können und dann sollen wir es weiter tauschen. Liebe, das wird schwierig. Aber ansonsten, vielen, vielen Dank, ja, ich kann da was mit anfangen. Da freue ich mich riesig drüber. Sie kann sich auch so schlecht trennen. Trennen kann sie sich ganz schlecht. Und alle, die schon mal jemals was gekriegt haben, haben wirklich Glück gehabt. Nein, sie gibt mir schon. Ich meine, ich muss zwar dafür kämpfen, aber sie gibt es. Und guck mal hier, diese schöne Papiere. mir diese Umschläge schicken, damit ich auch mal was bekomme. Ich lege das mal hier hin, damit wir alle sehen können, was für schöne Sachen dabei sind. Ja. Steffi, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns riesig. Das ist ja mal ein ganz dickes Paket. Und ja, richtig schön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.